hallo leute willkommen zu einer neuen runde cooles game auf dem app mirage und heute wollte ich ein zwei themen ansprechen und zwar dass ich jetzt ja eine neue maus habe und deshalb keine videos kommen weil meine alte maus kaputt und ich dadurch keine videos machen konnte ja ich konnte könnte theoretisch schon wie das machen wenn ich keine maus habe dann also keine gute maus und ich einfach nicht gut und die mausen finde ich jetzt noch ein bisschen zu hoch habe ich einfach keine videos gemacht ja ich hoffe ihr versteht das ich hoffe für mich die abonniere nicht zu viele weil ich sexuell keine videos gemacht habe ich könnte es verstehen aber ich hoffe man nicht und ja ich hoffe ich freu dass ich jetzt wieder videos bringe mich freut das natürlich auch weil ja ich habe jetzt mehr zeit wieder ein bisschen mehr zeit zumindest weil es wochenende ist und da packen was sagen wenn ich mir gar nichts sagen ich mache glaube ich zwei runden cooles gehen und so nach der runde noch eine runde cooles gehen meine maus glaube ich hört man jetzt ein bisschen lauter weil die ein bisschen anders jetzt ist aber es dürfte nicht zu laut sein das muss ich dir irgendeinen filter raubt und der das klicken ein bisschen leiser macht und daher ist ja der letzte schon so der mystery man lol lol und spiele übrigens mit so einem uhc pack keine ahnung wie das jetzt heißt ich glaub smacked irgendwas uhc pack jung der rackt mich ähm der tötet mich jetzt noch ne das war jetzt richtig peinlich jungen ok ok ich würde sagen und jetzt sehen uns dann der nächste runde willkommen zurück auf der map ähm firefly und ich glaube die map ist auch ein bisschen neuer aber die habe ich öfter schon gespielt glaube ich ich weiß nicht wie spiel jetzt nicht mehr so oft QSG weil ich jetzt ein bisschen also nicht mehr so oft meine spiele schon noch oft aber nicht mehr so oft ich glaube der hackt aber naja ich bin da und wir sehen uns in der nächsten runde willkommen zurück auf dem map endostropa das ist glaube ich ne kleine leggy map bei mir merke ich gerade so ein bisschen es leckt ja nicht allzu hart aber bei manchen stellen merkt man es natürlich dass es leckt und der hat seine rüstung nicht an die würde ich keine haben wenn er eine hat ja er hat seine nice lol ich hab grad ok nee es war noch kurz so ein backgeräusch oh dann habe ich jetzt mies abgestoppt es tut mir jetzt ein bisschen leid irgendwie auch nicht weil ich gerade abgestoppt bin so weg da halbes und ich bin tot glaube ich ja ok leute ich würde sagen das war es mit den runden QSG bevor ich noch so viele failrunden dran mache ok dann tschau bis zum nächsten mal ok 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 ok